Es war der schrecklichste Anruf, den ich je bekommen habe. Und ich habe, weiß Gott, schon einige schreckliche Anrufe hinter mir. Vor einigen Jahren zum Beispiel besuchte ich meine Mutter, um mir Geld von ihr zu borgen. Sie hatte schlechte Laune, gab mir das Geld aber. Wortlos. Da ich wusste, was ich gehörte, blieb ich noch eine Weile, erzählte von mir, erkundigte mich nach ihrem Befinden, gab der Hoffnung Ausdruck, in Zukunft öfter Zeit für einen Besuch zu finden, das ganze Programm eben. Sie blieb merkwürdig einsilbig, rauchte eine nach der anderen und schaute die ganze Zeit an mir vorbei. Dann klingelte mein Taschentelefon. Entschuldige, sagte ich und ging zum Telefonieren in den Flur. Meine Schwester war dran. Du, Hu, Volker? Ihre Stimmlage verhieß nichts Gutes. Hast du auch Mutters Geburtstag vergessen? Peinlich, peinlich, obwohl ich mich ganz gut aus der Affäre gewonnen habe. Terrell, reingefallen, rief ich, als ich zurück in die Stube kam. Bestimmt dachtest du, ich hätte deinen Geburtstag vergessen. Ich lächelte milde, dann ging ich zu meinem Rucksack und wühlte ein bisschen herum, bis ich etwas Passendes gefunden hatte. Ich reichte es ihr. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Sie schien verwirrt. Ich hab's nicht extra eingepackt, erklärte ich. Aus dem Alter sind wir doch raus, oder? Außerdem, wusstest du, dass jedes Jahr eine Fläche von der Größe Schleswig-Holsteins abgeholzt wird nur für Geschenkpapier? Ohne mich. Sie hob mir das Geschenk entgegen. Aber was ist das? Lügen hatte keinen Zweck. Es kam bei der Antwort vor allem darauf an, sie richtig rüberzubringen. Dies, sagte ich würdevoll, ist ein Science-Fiction-Roman. Aber sowas lese ich doch nicht. Ich schmunzelte. Normalerweise nicht, doch als ich dieses Buch sah, da wusste ich, du würdest es lesen und lieben. Es ist nur in zweiter Linie ein Zukunfts-Roman. Vor allem ist es eine ganz wundervolle Liebesgeschichte. Das war ein bisschen übertrieben, aber immerhin schlief der Held einmal mit einer Außerirdischen. Mutter guckte noch immer zweifelnd und ich wechselte die Taktik. Wäre es dir lieber gewesen, ich hätte irgendeinen Gutschein oder ein Küchengerät oder Pralinen gekauft? Ich war beleidigt. Sag's nur, dann nehme ich's wieder mit und kaufe dir im Nanunana-Laden irgendwelchen seelenlosen Schrott. Weißt du, da macht man sich einen Kopf und versucht ein Geschenk zu finden, das irgendwie auch eine Verbindung zwischen uns beiden darstellen könnte und dann sowas. Ich warf die Arme in die Luft, seufzte laut und ließ mich von der Welt im Allgemeinen und meiner Mutter im Speziellen enttäuscht in den Sessel fallen. Nein, ich freu mich ja nur, es sieht irgendwie auch so zerlesen aus. Kein Wunder, ich hatte es schließlich im Antiquariat gekauft. Erneut seufzend beugte ich mich im Sessel vor, nahm ihr das Buch aus der Hand und legte es auf den Tisch. Mutter, sagte ich und legte meine Hände um die Iren, wusstest du, dass jährlich eine Fläche von der Größe Südamerikas für neue Bücher abgeholzt wird? Ich musste mich entscheiden, was dir mehr Freude bereiten würde, wenn ich dir jetzt ein frisches Buch aus Tropenholz schenke oder eines Tages Enkel. Enkel, die atmen wollen und Pilze sammeln. Was soll ich ihnen sagen, wenn sie mich eines Tages zwischen zwei Zügen aus der Sauerstoffflasche mit Tränen in den Augen fragen, Papi, wo ist der Wald hin? Soll ich sagen, fragt Oma? Jetzt hatte ich sie. Enkel waren ihr großer Traum. Mutter war Wachs in meinen Händen. Ich spielte wie ein Virtuose auf der Klaviatur ihrer Gefühle und ich spielte eine Sonate in S-Moll. Sie hatte keine Chance. Es gab nur ein Problem. Ich hatte das Buch noch nicht ausgelesen. Kurz bevor ich ging, ließ ich es unauffällig in meinem Rucksack verschwinden. Ich glaube nicht, dass sie es vermisst hat.